Die Veröffentlichung RE 50 nach 30 Hauptbahnhof über Oscher, Anfang 8.05, heute ca. 10 Minuten später, Grund dafür ist eine Weichenstörung. Die Veröffentlichung RE 50.05, nach Elna-Werner, Sprott Gröning, Abfahrt 18.50, von gleich 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist ein geiler Schuh. Oh, 160, die Weichenmögen über Oscher, Anfang 8.05, vor sich bei der Einfahrt. Oh, 160, die Weichenmögen. Wir müssen noch mit den fahren. Untertitelung des ZDF, 2020